Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und heute ist der Bummels Community Day und seitdem ich meine Tabletten immer wieder nehme fühle ich mich auch wie Bummels, könnte den ganzen Tag nur in der Ecke hängen und schlafen aber guckt mal wie fröhlich die machen wir sind jetzt auf dem Weg zum Strich da gucken wir mal ob der Tobi da ist eigentlich dachte ich der Philippone kommt und der Alex aber nix dann dachte ich der Marco kommt aber nix der Model X auch mit X sitzt da hinten auf der Bank und guckt böse und ich glaube der Tobi ist wenigstens da wir gucken mal Tobi ist da Tony Stark ist doch der Iron Man wir laufen auf jeden Fall zum Strich und gucken mal ob da noch jemand ist sonst nehmen wir den Tobi laufen ein bisschen wieder durch die Stadt gucken wie viele scheine Bummels es gibt am Anfang muss ich wieder meine Geschenke aufmachen heute bin ich sogar noch mit einem Account unterwegs weil Bummels ne ich bin so fertig und so müde und so faul dass ich jetzt mal auf drei Accounts verzichte und einfach nur mit einem Account durch die Gegend treller ja mal gucken wie man sonst noch so trifft ne so da ist es auch schon um elf ne und die Bikers sind wieder unterwegs wie man da hinten sieht acht um drei ich sag doch die hauen voll rein gönnt euch auch jetzt habe ich ja okay da wird man wieder unterbrochen einfach von den shinies wie viel hat denn das ach man wieso ist zugegangen jetzt hat sie es niedergemacht und jetzt ist ganz aus so geht es nämlich wir wollen uns jetzt aber erst mal ein Bummels entwickeln was wir uns noch aufgespart haben wir gucken mal kurz hier rein Bummels hier sehen wir nämlich eins vom 24.02.2018 Bayern oh die muss ich hier oben wegdrücken wir nehmen das hier und entwickeln das gleich mal durch für die Community Day Attacke und dann laufen wir auch los jetzt habe ich sogar das Ei vergessen ich müsste das eine noch anmachen wenn die Leute die Geschenke öffnen schon wieder alles kreuz und quer das entwickeln wir aber erst fertig auf die anderen brechen dann auch auf 100 Bonbons hinterher geworfen das höchste shiny werden wir wieder entwickeln und dann der Rest ist eigentlich wurscht mit dem roten Sack im Gesicht sieht aus wie du du hast auch was hast du eine rote Nase Mann was hast du gemacht ich laufe gerne gegen Wände ja das merkt man das bewerten wir noch mal kurz hier kann es mit allen aufnehmen KP Angriff Erteidigung 15 wunderbar jetzt müssen wir schnell noch das Ei reinhauen so tippen mal hier das nein ach doch hat noch gezählt das war aber knapp Tobi 15 überfreunde 100.000 bekommt in dem Moment richtig genial wir drücken mal hier machen mal das Bummels und das erste Bummels angedrückt und auch ein Schein hier also das muss Glück sein da werfen wir gleich mal eine gelbe Beere drauf bei dir war es auch das erste oder gut ich werde jetzt erstmal ein paar Geschenke aufmachen melde mich dann zurück wenn die Geschenke alle durch sind und die ganzen Sachen aufgehen Bummels auch gefangen wunderbar so da seht ihr die Leute doch mal wir können die noch mal hier durchdrücken beste Freunde mit der Faddy deswegen kann ich auch keine Bummels fangen Kralle Alpha auch aufgestiegen zu beste Freunde gut da sitzt eh gerade keins rum Raptoren Kralle Hyperfreunde nochmal 100.000 dazu Yelta 36 20.000 da hinten ist ein Mauzi Sweetheart 003 20.000 Selva Let's Play YouTube 20.000 Robby 20.000 Professor Pikachu 06 20.000 Nägelmond 20.000 oh da ist ein Bummels das tippen wir auch gleich mal an Maggie oder Megai 79 drücken wir kurz auf das Bummels Lea Fischer auch 20.000 und das Bummel ist nichts da fliehen wir mal kurz Janis 20.000 Engel 09 95 20.000 drücken wir das auch mal an ihr seht schon die erste halbe Stunde geht drauf mit Geschenke öffnen und rumgammeln DCSNDR 20.000 Carisma 20.000 jetzt müssen wir theoretisch gleich durch sein Angel 20.000 und ich glaube das war es der Erik ist noch da Erik nochmal 20.000 den nehmen auch noch mit drehen hier nochmal versuch später nochmal dem Pfosten ausweichen jetzt sind sie aber durch drücken hier nochmal gucken mal wenn das nächste shiny auftaucht nehmen das natürlich mit machen jetzt auch ein paar Bonbons da hat Tobi auch schon den shiny bekommen sein erstes er freut sich jetzt riesig willst du es uns mal zeigen? Moment da ist kein Radfratz guck so sieht es nämlich aus ihr seht die leicht rosane Farbe richtig genial ist Spaß da geht natürlich noch mal drauf 66 WP da fangen lieber das Radfratz da hast du mehr davon da habe ich mehr WP ja dann kommen die Autos schnell weg hier aber irgendwie sind relativ wenig Bummels unterwegs also so kommt mir das vor wo du langläufst sonst saßen da immer schon 20 30 Dinger in der Gegend rum und jetzt einfach mal nichts wo bin ich denn hier gelandet habe jetzt auch mal Rauch angemacht habe nämlich noch 44 Stück mache ich ja sonst nicht aber mit einem Account kann man sich das ja mal rausnehmen da ist wirklich nichts kein Bummels nichts in der Nähe einfach nur Mist oh da sitzt eins gut nehmen wir das mit aber kein shiny gut da ich keine shinies krieg und es ist heute richtig schleppend verläuft hat der Tobi wenigstens schon sein zweites bekommen ich mach mal kurz so ich seh eh nix jetzt passt das wunderbar ich darf nicht mehr filmen es tut mir leid das Video wird an dieser Stelle beendet wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out Vorhaut euer Bummels gut ich sag es immer wieder die Caritas Gas da schlägt es 0815 immer weiter zu hier das dritte shiny beim Tobi ich weiß nicht ob man das sieht ist egal wir tippen hier nichts und Pupsi hat auch schon eins bekommen auf dem kleinen eins auf dem großen also insgesamt zwei wir laufen jetzt einfach mal wieder hier hoch vorhin haben auch schon welche gefragt da war so eine Gruppe von so krassen Leuten die haben gefragt ey wann kommt das Video online hab ich gesagt na morgen natürlich aber keine Ahnung wer nicht sind die gucken dann einfach auf YouTube neue Videos alles durch um mich zu finden das ist aber schön so muss es sein und das nächste shiny aber nicht bei mir das ist nämlich hier unten ne guck und deswegen wird die Pupsi das Pupsi Pupsi jetzt mal wechseln auf den Account vom Filippone der kann nämlich heute nicht da sein und er hätte sich gefreut wenn wir ein bisschen für ihn mitspielen das erledigt sie jetzt weil sie so sozial ist und eher so asozial grüße gehen raus an Filippone hey die muss mir immer die Texte schreiben wie man sieht weil alleine kann ich immer nichts sagen und werden wir jetzt noch ein bisschen eine Stunde ist um zwei Stunden sind es noch mal gucken wie viel sie für ihn jetzt noch mitnehmen kann bei mir immer noch ein shiny also voll der langweilige Tag passend zu Bummels voll öde aber mal gucken zwei Stunden sind noch was noch so geht schraste aus hier nicht nur dass die Haare rumfliegen schon wieder links ein shiny rechts ein shiny hier guck nix jetzt müssen wir es mal anders rumdrehen dann sieht man das da shiny auf dem Account shiny hier drüben bam ich hoffe da zieht man wer hat nichts der dicke ne weil die dicken die werden immer gemobbt deswegen kriegen die auch keine shinies aber kein Problem da ist es guck es dir an wie Roman Reigns da wirst du komplett verrückt das müssen wir jetzt mal fangen denn am langweiligsten Community Day ever hier ein shiny Bummels na gut ist ja eigentlich nicht das erste aber trotzdem über eine Stunde hat sich jetzt gezogen ich werde bekloppt das müssen wir jetzt hier eintüten kann ich auch schön fangen habe nur eine Hand und das nennen wir auch gleich mal um Roman Reigns so wenn es kein höheres gibt wird das nämlich dann entwickelt okay oder hier guck Bisa Flora Grüße gehen raus natürlich an BisaFanTV wir machen gleich mal hier einen Haken dran gucken mal wir müssen jetzt weiter jetzt jetzt habe ich Blut geleckt jetzt will ich es wissen das war's aus Cut wir müssen den Account wechseln mehr hat er nicht verdient nein mal gucken das liegt jetzt an ihr wie lange sie noch weiter spielt wir können ja gleich mal gucken hier gehen ein paar Eier auf nämlich da ist noch ein Iso geschlüpft gerade kann es mit allen aufnehmen KP Angriff 15 boah das ist relativ gut und jetzt ich dachte da kommen noch ein paar toll die sind schon alle durch das waren noch vier Stück oder fünf Stück wir gucken mal kurz in den Beutel Isso, Knospi, Pi, Fluffeluf, Isso gut sind also fünf Stück gewesen können wir noch mal kurz bewerten wirklich stark zweiter Satz ist egal Fluffeluf kann es mit allen aufnehmen KP Verteidigung wirklich hoch ist egal Pi mit Angriff 15 und Knospi Angriff Verteidigung wirklich hoch also eigentlich alles Schrott und ihr seht kein Bummels weit und breit oh da ist er eins schnell weg poklst du auch los das lächst du los nichts so hier dann kannst du es mal fangen mit seiner dunkelpinken Nase hey es hat sich auf den Kopf gegriffen das ist nicht schlimm eins zwei okay ist drin wunderbar und das nächste shiny ist bei mir ich weiß nicht was heute los ist irgendwie das liegt am Wetter schreibt ihr mal in die Kommentare wie war euer Bummels Seaday ging es bei euch richtig ab was machst du da oder ist das heute auch eher eine Enttäuschung keine Ahnung ich weiß ja nicht wie es woanders aussieht wären wir lieber auf die Feste werden durchs grüne Gras gewandert aber so da hinten laufend sind ne der Hildburg Häuser Weiber ne sagen wir mal dazu wie viel Lobbyzeit ist denn noch 68 68 68 gut oh da war voll das Loch guck mal hier sind ganz viele Käfer ich möchte aber keine von meinen Boxen zerträgen ich muss erst mal in die Lobby ich bin mit meinem Vetter schon auf 20 drecken ja das geht auf meine Brüse da das mit dem Bummels ja sowieso für den Arsch ist nehmen wir einfach mal zwischendurch hier den Onyx Raid mit da freuen wir uns natürlich ich hoffe das wirft wieder die Kyoko rein na genau Kyoko Bruder jetzt filmen wir mal kurz hier die Käfers sind die nicht süß da ich bin doch in der Lobby ich bin doch in der Lobby na Bruder wenn ihr auch Käfer bei euch habt in der City an der Treppe irgendwo an der Kirche schreibt es mal in die Kommentare oder wenn ihr wisst was das für Käfer sind wie die heißen schreibt es mal in die Kommentare jetzt brennt mein Finger vergesst aber nicht anzugreifen ich bin schon dabei ist gut so egal wir hauen jetzt mal hier das Onyx nieder dürfte ja nicht so lange dauern vielleicht sollte ich mir auch mal einen Windschutz kaufen für die Camera wir brauchen beim Filippone den Raid jetzt auch mit der hat ja noch einen täglichen Pass drauf was ist denn hier für ein er fliegt einfach ein halber Busch auf den Weg rum beim Filippone noch den Raid mitgemacht weil der hat ja noch keinen gemacht heute der zockt ja wahrscheinlich in letzter Zeit gar nicht mehr aber beim Community Day da will er mitreden da muss man den Account mitnehmen mal gucken ob vielleicht jetzt jemand noch einen Shiny Onyx dabei hat und vor allem wer das höchste hat aus der Runde da weiß ich nämlich die WP gar nicht wir tun das kurz durch 611 wer hat denn von euch mehr? ich habe 624 624 willst du mehr? ne ne shiny auch keiner? nö so da ist es auch drin wir ziehen weiter wohin auch immer wir sind echt Hüberfreunde geworden jetzt sind sie Hüberfreunde geworden und ich hatte nichts an richtig cool und sie war nackt sie hatte nichts an so ist das da hat man einmal nichts an und schon wird man Hüberfreunde ne da werden die anderen beste Freunde eigentlich in der Situation wenn man nichts an hat aber ok oder schließen erst mal Freundschaft und bei ihm schlüpft natürlich das Ei ruft doch die Feuerwehr Junge 112 da ist das nächste Shiny was ist bei dir? auch 112 richtig genial jetzt läuft's ne läuft's nicht es sind ja nur drei so ein Schwachsinn achso hab ich das überhaupt gefilmt da guck mal da in dem Ball drin das ist dasselbe was ich hab mit 112 also richtig schlechte WP richtig behindert gut braucht man eigentlich gar nicht achso ich muss es ja noch fangen sonst sitzt mir das auch nichts aber wir nehmen trotzdem mal die goldene Beere so damit ist das Soll also erfüllt drei Scheinis das reicht dann können wir ja jetzt beenden 17 Uhr ne Stunde wär noch aber echt der langweiligste Community Day ever 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 macht der jetzt hier ein auf Outcast Bruder also mittlerweile glaube ich der Tobi hat uns nur in den Park gelockt damit er dort einfach in Ruhe austreten kann weil weiß ich nicht guckt euch das doch an Flemmli, Cellas, Stubbul, Waumbl wo sind die Bummels wo sind die Bummels alle Hashtag wo sind die Bummels egal was ihr postet wo sind die Bummels ich raffs nicht tote Hose aber gut jetzt sind auch keine Stops guckt euch das doch mal an die Stadt brennt ne und was machen wir ihr geht in den Park weil da ist nämlich nix das ist nämlich richtig genial geht ihr auch immer dahin wo nichts ist dann schreibt es mal in die Kommentare aber trotzdem noch 50 Minuten ungefähr Bummels nichts gut wir fangen das trotzdem mal gleich mit ein Zeinies wieso denn Zeich 391 ich hoffe das sieht man auch hab nämlich nicht geguckt und da der Pisoire MC kommt zurück das heißt wir können bestimmt weiter ziehen oh der Thomas ruft an Thomas das ist echt das ist echt mau das ist echt mau das ist echt mau Kult-Vegans und Shinies ganz ganz selten dass mal eine eins hatte wie viel hast denn jetzt? ich hab noch gar ich hab noch nicht viele ja aber wie viel hast du? keine Ahnung müsste ich gucken wir haben jetzt auch erst seit vor einer halben Stunde angenommen wir haben nicht die ganze Zeit mitgemacht ich hab aber alle gefragt die so getroffen haben die sagen seit angefangen hat ist richtig mau ja okay ja dann lass uns mal weitermachen ich filme mich gerade noch und hab die Kamera in der Hand und du bist gut dann mach das mal ich wollte es nur mal sagen also hier oben sieht es genauso es sieht überall so aus ja mal gucken was die letzte Stunde noch so geht dann viel Spaß noch Tschau Tschau So da war er doch der Thomas Hast du gehört? Die laufen in den Park rein mit zwei Dogs in der Hood und erstmal ein Bier gefluppt richtig genial und da noch ein Shiny drauf 306 hat sich ja mächtig gelohnt hier durchzulaufen und der Rahmann wollte nicht hier durch Nö ich find eh alles doof Guck dir das an an der Brücke an der Exred Arena da saßen einfach zwei Stück und hier ein Bummels Shiny gewesen 609 und hier auch ein Bummels Shiny gewesen 609 und der Ramses der lässt sich ja nicht lumpen ne und hat auch ein Shiny Guck Na Spaß das ist das von vorhin noch weil bei mir war natürlich nichts Shiny aber egal hier sieht man das 112 ihr kennt es ja noch ne hol doch die Polizei oder in dem Fall ruf den Krankenwagen da ist noch eins aber das habe ich schon getestet das war nicht positiv so wir laufen jetzt mal so rum und dann so rum und dann so anders rum und gucken mal wenn wir die Runde falsch rum angehen ob das noch was bringt Shiny Müssen wir mal mitnehmen hier 691 das Viertel ich habe es schon aufgegeben ich habe es schon aufgegeben und ich sage es nochmal der langweiligste Community Day ever 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 nix Outcast Bruder auf jeden Fall hier ist die Kirsche wie man hört die bimbelt nämlich immer 691 müsste glaube ich das zweithöchste sein vielleicht ne das ist glaube ich sogar das höchste das löst jetzt also den Roman Reigns ab aber der Roman Reigns bleibt einfach was besonderes mache mal einen Haken dran obwohl man es ja eh nicht so verschicken kann so laufen wir jetzt nochmal falsch rum die Runde wir müssen aber den Tobi gleich verabschieden er wird nämlich gleich abgeholt ne ist nämlich schon gleich um 6 er muss ins Bett so den Tobi verabschieden wir jetzt mal kurz ne der muss nämlich jetzt fortfahren wisst ihr bescheid und der hat wieviel bekommen? fünf Stück fünf Stück guck mal hier zack fünf Stück und dazwischen noch ein 96er ok schön dass du da warst schön dass du gehst bis zum nächsten mal tschüss adios so der Bummels Community Day ist also vorüber jetzt ist es 18.23 Uhr und ich darf nicht so sehr auf den Tisch klopfen aber schaut mal wie gut es hier aussieht da habt ihr Grillteller mit Salat was ist da drauf? Salat und da kretanische Kartoffeln da ist noch Kuchen dabei richtig genial Weinschale nochmal Salat und wie viele Scheinies hast du bekommen? sieben Stück wir wollen die mal hier zeigen das ist der große Account mit sieben Stück und auf dem kleinen vier Stück ein ja drei Stück auf jeden Fall Filippone ein Filippone ein Shiny der kleine drei Stück der große sieben und bei mir wisst ihr ja waren das auch vier Stück nur und ich muss immer noch sagen das war der langweiligste Community Day ever nicht mal weil so wenig Shinies dabei waren das ist ja egal man hat mal Glück man hat mal Pesh man hat mal Gandhi ihr wisst ja manchmal kann das wirklich sein dass ihr da tausend Viecher kriegt und manchmal nicht so viel aber die Spawnrate hier sind so wenig Bummels aufgetaucht das glaubt ihr nicht und das höchste was ich jetzt habe ist das hier mit 691 wir nehmen den Roman Reigns das sind wir ihm schulde hier ihr wisst schon wow und den werden wir jetzt entwickeln da haben wir nämlich die zweite Stufe noch nicht und dieses seichte Pink was er da mit sich bringt richtig genial da fliegt er hoch und hat einen ganz feuerroten Bauch den entwickeln wir jetzt auch nur dass er eben die Community Day Attacke noch beherrscht der kann ja dann Body Slam den zweithöchsten werden wir dann auch entwickeln eben hier zum Mundtier aber Mundtier hier als höchstes entwickeln wir natürlich noch weiter durch zu Letter King dann schreibt ihr natürlich mal wieder rein wie war euer Community Day wie war eure Ausbeute wie viele Shinies habt ihr bekommen und vor allem wie war eure Spawnrate ihr habt ja gesehen zwischendurch hat mich auch der Thomas hat mich der Thomas angerufen und gesagt die sind irgendwo in Gotha ich hab's schon wieder vergessen wo der ist auf jeden Fall wäre bei denen so wenig los dass es sich gar nicht gelohnt hat wegzufahren und hier war's ja im Prinzip genauso sonst lauft ihr durch die Stadt und hab da einfach 10.000 Viecher überall sitzen und dann kommt ihr hier zurück und was ist da einfach nichts dort ist ein Lokmodul an da ist das Lokmodul an und was kommt aus den Lokmodulen Honlyu, Raupi alles was man nicht braucht richtiger Bullshit überall also richtig komisch auf jeden Fall da hab ich mir mehr erwartet aber heute eh alles alles komisch gewesen so wenig war noch nie los die Leute unterwegs wie immer Shinies okay vier Stück ist jetzt nicht so krass sonst hab ich ja immer mehrere Accounts dabei dachte mir da geht sowieso zehn Stück was zu kriegen ist ja immer so sind es dann nur vier geworden das ist aber nicht so tragisch aber eben die Spawnrade die gibt mir zu denken das ist also jetzt der Roman Reigns mit der orangen Nase den lassen wir jetzt so hier und ihr hört wieder die Hitbook Häuser Jugend immer mit engen Hosen 14 Jahre alt durch die Gegend gesteppt mit Ghetto Musik und rumbrillen wie die Assis Grüße gehen raus an die Hitbook Häuser Jugend das war es aber von meiner Seite aus wir sehen uns einfach beim nächsten Mal bis dahin Peace out isst die ganzen Kartoffeln ohne mich Vorhaut euer Ramses bis dahin 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 Vielen Dank.